Los geht's! Herr, warum bin ich in der Box? Nein, oder? Pfff! Ja, geht, geht! Oh, Karl! Du warst gerade in der Küche. Ja, moin. Ey. Ey, fuck! Ja, ich fahr jetzt los, ja, moin. Geilo! Ey, oh, ne, Witz. Ich fahr jetzt aus der Box, ja, moin. Ach, Mann, oh. Hallo, guck mal, wer vor dir ist. Ich kann doch nicht gleich disconnecten. Ne, ist verboten. Sonst gibt's eine Strafe. Ey, eine Verwarnung. Bist du, die juckt mich. Ey. Beim zweiten Mal gibt's den Liga-Ausschluss. Pfff. Ey, Mann, ey. Ich war gerade in der Küche, weil bei Amazon was reduziert war. Ich wollte meinen Vater nur schnell in den Warnkorb legen. Ey, geil. Geil. Ja, komm. Alter. Ohne Witz ist es so... ... 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 sich aus und an die Linke dann auch mal die Degene Köln vor der Kronen die Rede gehört dass du zum Beispiel zu jung bist ja überhaupt und ja klar was das auch zu erlauben würde der Reifen die Kunstsagessen und auch nicht in dem Jahr geschossen ist voll Er wechselt aber ganz genau die Linien einmal darf er wechseln sonst muss er mich versorgen Och Los was los Dreh aufgeschossen? Ja, das sehe ich Gott, ich hatte da im Hintergrund ins Graus gedreht, konnte es sein Ja, na scheiße, wonderlos Das ist doch mal das Teil, mal ja Oh, Jungs, kommen wir mal auf die Mühl-Termal-App Bam Und dann noch wieder voll in die Sandbank Oh 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 Ja, jetzt ist er bei diesem Wochenende, aber wir denken, nächstes Wochenende wird besser Tog's gut aus, oder was? Ja, jetzt für mich auch Was? Jetzt für mich auch und so kommt und klingt nach klopfen oder bilden problem problem ich kann mich schlecht konzentrieren mit kutschen der skype spd das ist egal ob er text guter oder so in der team championship